Hallo, ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt am 29. Mai Karl Marx zu Gast im Sprachschulstudio von Sprachinstitut Treffpunkt Online mit dem Künstler Ralf Metzenmacher und wir unterhalten uns über Karl Marx und Philosophie und deutsche Sprache und wir freuen uns schon sehr auf euch am 29. Mai im Sprachinstitut Treffpunkt Online. Seid mit dabei, zoomt euch rein, chattet mit und diskutiert mit.